Es wird laut, es wird legendär, es wird lebendig. Rockland präsentiert Bonfire and Friends, a night with rock legends. Am Montag, den 19. November im Amo Magdeburg und am Dienstag, den 20. November im Haus Auensee Leipzig. Fetzt los mit den besten Songs von Bonfire und erlebt als Special Guests Rocklegenden wie Ex-Toto Bobby Kimble, Ex-Rainboy and the Purple Joe Lynn Turner, Quaster von den Pudis und Ex-Survivor Dave Bickler. Abrotten, abheben, abfliegen mit Bonfire and Friends. Tickets an allen bekannten Vorverkaufsstellen und bei uns im Ticketshop auf rockland.fm. 100% Rock im Radio und auf der Bühne.